Herzlich willkommen zu unserem Tagesimpuls heute am Mittwoch. Können Sie sich Rom ohne den Papst vorstellen? Den Vatikan ohne Papst Franziskus? Wahrscheinlich nur schwer. Aber es gab eine Zeit, da waren die Päpste gar nicht in Rom, sondern von 1309 bis 1377 waren die Päpste im französischen Avignon. Und dass der Papst zurückkehrte nach Rom, verdankte er einer Frau, Katharina von Siena. Die Kirchenlehrerin und Müssigerin sorgte dafür, dass eben der Papst 1377 zurückkehrte. Katharina von Siena wurde 1347 geboren als 24. Kind in der Färberfamilie Benincasa. Mit sechs Jahren bekam sie die erste Vision. Über der Dorfkirche erschien ihr Jesus, der Apostel Petrus, Paulus und Johannes. Und für sie war ab diesem Augenblick klar, mein Leben gehört Gott, mein Leben gehört Jesus, ich lebe für und in der Kirche. Und mit 16 trat sie dann auch endlich bei den Tertianer Dominikanerinnen ein. Zuerst sehr zurückgezogen und führte ein sehr asketisches Leben. Doch nach einer weiteren Vision öffnete sie sich, ging nach außen, ging in die Pflege, pflegte die Pestkranken, die Armen und Verletzten. Sie öffnete sich, aber sie kritisierte auch die Kirche und den Glerus. Sie setzte sich für eine Reform ein. Und Katharina wurde zu der wichtigsten Frau in der Kirchengeschichte, vor allem die wichtigste Frau in ganz Italien. Denn neben ihren theologischen Schriften und ihren spirituellen Schriften war sie auch die Beraterin des Papstes. Und wir haben von ihr 381 Briefe, wo sie eben über die Theologie spricht, über ihre Mystik spricht, über die Reform der Kirche. Das ist mal eine Frau, kann ich Ihnen sagen. Und für uns heute, denke ich, auch ein gutes Vorbild. Katharina von Siena setzt sich eben ein mit Herz und Verstand. Sie ist ganz in der Kirche und versucht eben von innen heraus, die Reformen voranzutreiben. Und sie hat es geschafft, gegen alle Widerstände. Sie wurde heilig gesprochen. Ja, sie wurde sogar zur Schutzpatronin von Europa erhoben, neben Brigitta von Schweden und Edith Stein. Ist das nicht toll? Und zusätzlich, das Interessante ist, als Patronin ist sie auch zuständig für Kopfschmerzen und gegen Pest, ist zuständig für die Krankenschwestern und für die Pfarrsekretärin. In diesem Sinne, in dieser Zeit von Corona, kann Katharina uns vielleicht doch auch helfen. Und so bitten wir dich, heilige Katharina von Siena, bitte für uns. Bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal.